kolonie lokalisiere die alte kolonie ja mache ich es sieht ein bisschen kalt aus hier ein bisschen eisig dixi klar ist zu ok dinge was haben wir denn für eine waffe aktuell die große schrottflinte manchmal nachladen kann man nicht mal alles ja ist alles geladen okay so kurz geräusche die lage checken da liegt nix da oben liegt was das habe ich gerade gesehen blaue kiste mal gucken wie wir da hochkommen das kann auch täuschen so ist ein wunderschönen guten abend lebst du auch noch alles gut bei dir auch mit doppelschichten komme ich ein stück weiter es tut mir wirklich leid dass es so lange dauern sehr schön sehr schön ich verspreche dir ich hole dich da bald raus vielleicht gehen wir das spiel heute durch es sind noch zwei szenarien kolonie und der turm geht es da weiter oh halt bevor wir da gehen erst mal gucken ob wir da hochkommen da lag nämlich irgendetwas ja hier ist ein leiter ist fantastisch so ein gutes spielzeug gönnis dir mal es ist ein game pass das ist echt geil dead space 2.0 um genau zu sein oder haben wir schon einiges eingesammelt so okay das ist der alte eingang jetzt okay dann können wir da hoch check mal die lage hier immer gut ach ist das der turm das letzte level dann schaffen wir es ja vielleicht wirklich heute fertig zu machen da liegt was ich hoffe nur sie finden wonach sie suchen schauen wir mal voll 4 hat es dir angetan aber man müsste mal mit hell divers 2 weitermachen letztes wochenende gestern stand die idee im raum allerdings war ich ziemlich fertig war am samsung auf party habe zwar nicht viel getrunken aber ich bin sehr spät ins bett es ist in meinem alter ist das tödlich jetzt müssen wir wieder ein bisschen vorsichtig sein hier ist noch zu da kommt der blinde vielleicht mal ein abstecher machen und munition da ist noch einer okay gehen wir mal hier lang moin mir na alles gut ich müsste mich gerade im spanischen bürgerkrieg ein okay ich komme nicht rüber ich könnte leben wollen spanische bürgerkrieg da läuft irgendwo einer muss man vorsichtig sein alles to do verstehe ist nix drin vorsicht vorsicht nicht dass wir hier noch überrascht werden von so einem blinden von so einem blinden oh da geht es schon weiter wollen wir das hier ist nichts mal gucken ist auch nichts okay na dann so also ich hatte ja hier beim besuch der kolonie auf kaffee und kuchen gehofft wie man der benachrichtigung entnehmen kann aber ich glaube das wird nix da ist ja gar keiner ich habe noch nicht eine kaffeemaschine gesehen in dem spiel ist auch nix kein loot was ist hier denn los vorsichtig vorsichtig neun 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 lasst mich lasst mich die weg nein 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 Nein. Damn, boy. Komm, Digga. Zahl. Erwischt. Credits. Credits immer gut. Oh, da sehe ich einen. Gehen wir da mal rein. Folgst du mir? Nein, okay. Guck mal, ob er hier... Oh, steht einer. Hier nicht. Gut. So, Digga. Jetzt macht kein Schabernack. Hehehe. Dann mal ausquetschen. 25 Credits. Beautiful. Okay. Okay. Auch kein Blut. Ja, zu dir komme ich gleich. Gehen wir mal da gucken. Oh, da ist noch einer. Ah, das ist er. So. Wo gehst du hin? Geht da rein. Okay, hinterher, hinterher. Schnell. Schnell, 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 schnell. Oh, sind zwei. Das ist nicht gut. Okay, dann gehen wir erst mal hier gucken. Ah ja, das war das. Oh, da kommt einer. Okay. Uh. Muss man ja richtig aufpassen hier. wieder kein Loot. Oh, wenn das so dunkel ist, dann ist da bestimmt einer. Da. Oh, ja. Okay. Komm. Hat keiner gesehen. Gut. Okay. Stimmt noch einer. Oha, oha. Fuck. Gibt keinen Luchs von dir, Digga. Nicht, dass die anderen uns holen. Glück gehabt. So, hier war auch nichts versteckt. Zwischendrin? Nee. Okay. Was ist das wieder spannend? Okay, da waren wir durch. Können wir da mal rein. Da ist keiner. Da ist ein Koffer für uns. Und sonst nichts. Sehr gut. Ich glaube, da ist dann jetzt nur noch einer da, ne? Er hier. Komm, dreh dich um. Vielleicht ist da drin aber noch jemand, ne? Verdammt. Sieht aus, als wären die überstürzt abgehauen. Und wie ist bei euch das Wetter heute? Wir haben hier 26 Grad, was ja im Vergleich zu den letzten Tagen sehr angenehm ist. Es sollte eigentlich auch regnen. Das ist aber nicht passiert. Dementsprechend ist es auch nicht schwül. Also, ja. Bin zufrieden. Okay, komm. Ah, da guck mal, da geht's auch hoch. Aber gehen wir erst mal hier öffnen. Mittag war nur Regen. Jetzt ist es warm und sonnig. Oh, da ist bestimmt auch schwül, ne? Ich habe auch extra hier alle Fenster zugemacht, ne? Damit es nicht reinregnet. Kam kein Regen. Und es ist zum Glück auch nicht so schwül heute. Also, schon ein bisschen, aber nicht so wild. Ah, das ist der Fahrstuhl. Aber gehen wir doch mal hoch. Oh. Jetzt wird noch einer. Oh. Okay, wir gehen erst mal hier die Seite abchecken. Boah, fiese Geräusche. Ah, da sind die kleinen Kackdinger. Das ist blöd, auf die muss ich schießen. Das ist dann laut. Das hört dann eher hier. Okay, aber kein Ding. Können wir mal außen rum. Gucken, ob sich hier irgendwas... ...versteckt irgendwas rumliegt. Sieht aber nicht so aus. Okay, da geht die Tür auf. Und was ist hier? Leiter los. Ah, ne. Auch zu. Okay. Na, dann wieder hoch. Okay. Ja, da müssen wir uns wohl mal um die kleinen Viecher da kümmern. Da schießen wir am besten mit einem Revolver drauf. Wo bist du? Ich höre dich doch. Ich höre dich atmen. Hier geht nichts auf. Ne. Da steht einer. Okay. Nichts zu looten. Bäm Station Funt ein Fried Ich habe so etwas noch nie gesehen Es kam von da unten Ein Ventar voll Das ganze Gelände ist abgeriegelt Die UJC hat eine Eingreistruhe Halt warte mal, was war das? Maklos Energie im Wandler Irgendetwas passiert hier Die Leute werden krank CPU-Drucker Makelloser CPU-Drucker Das brauchen wir zum Beispiel nicht Nehmen wir lieber das Ding mit Es gibt Kohle Okay, okay So, hier war leer Gut, dann haben wir da hinten noch einen stehen Und diese kleinen Viechers Dann kümmern wir uns erstmal um den da hinten Und dann können wir auch aufstehen und können normal laufen Wollen wir nicht herumschleichen Können wir nur hoffen Dass das so klappt Jawoll So, was geht hier? Aha Das ist ja schon von Vorteil, wenn die blind sind, ne? Muss ich mal so zugeben Oh, das ist groß hier Ja komm Dann lass uns erstmal In den Raum mit den Würmern Oder Schnecken Oder Blut-Egel Oder Was das sein soll Laut Oh 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 Ich hab zum alten Mann geschlagen. Aber immerhin nur einer. Die anderen haben wir ja erledigt. Nachladen. Wichtig, wichtig. ich so okay dann auf die andere seite und wieder im schleich modus mal im badezimmer sturmgewehr für den bauplan brauchen inventarplatz das ist ja wohl aber im prinzip brauche ich keine waffen nur die nahkampfwaffe eigentlich kommt dann ich muss man die raus weil ich will ja dann schon hey 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 digger hörst du auf kaputt ist nur normale energie im wandern die kann man sparen können wir die große knarre nehmen auf jeden fall die große flinte auch hier und kein platz aber es reicht so wachraum ah ja da sollen wir doch hin dann würde ich sagen gehen wir erstmal nicht dahin bevor wir da irgendeine cutscene starten ich glaube da kommt gleich einer durch hier ist nichts okay credits wichtig so wachraum oh wenn ich da hinten schon sehe dass da einer dran klebt dann kleben wir bestimmt noch mehr leise leise ab sie ich sollte zurück zum aufzug ja jacob ich ich hab was gefunden was komm einfach rauf das musst du sehen jetzt kommt doch schon wieder einer okay machen wir uns auf natürliche weise kaputt aua hat keiner gehört hat keiner gehört oh oh ich höre höre Dinge ich höre komm Komm. Ah, es ist euch voll zu klein. Oh, wow. Hörst du euch? Hörst du euch? Nicht verwandeln. Da war ich zu langsam mit dem Zertreten. Okay, wir wollen, wir wollen uns voll. Okay. So, hier lag noch ein Geschenk für uns. Voll, okay. Die war vorne auch schon offen, ne? Ja. Was ist denn mit der Tür da unten? Ist die jetzt auch aufgegangen? Nö, okay. Mit der Schlüsselkarte. Gut, dann Fahrstuhl. Ich habe das Gefühl, dass da jetzt wieder Gegner sind. Aber, nö. Noch nicht. Aber der wird jetzt wach. Ja, genau, das war so klar. Das war doch klar. Das war doch klar. Open the Fahrstuhl. Können wir bitte gehen? Nee, hör mir zu. Können wir bitte gehen? Alles klar, so ist. Danke fürs Reinschauen. Machen wir gut. Diese Pisse hier keinen Bock haben. Oh, oh, oh. Merken wir das, wenn ich die... Oh, oh, oh. Oh, oh. Nicht umdrehen. Tick, Trick und Track. Kommst du? Nö. Ah. Weißt du was? Oh. Hey, hey, hey. Nachladen. Warte, 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 warte. Lass mich doch nachladen. Warte, warte, warte. Lass mich doch nachladen. So. Auf geht's. Danni, ich komm zum Turm rauf. Dini, ich komm zum Turm rauf. Bater im Mund gehabt. Hui. Bis zum nächsten Mal.